Guten Tag und Willkommen zu einer neuen Folge von KOSAKS Back to War. Letzte Folge, neues Kapitel angefangen hier. What the fuck? What the fuck? Scheiße. Alle kaputt. Muss man mal ein paar bauen, ja. Wieso kommen denn die von da unten? Oh. Ja, die sind aber noch nicht so ausgerüstet. Ist aber nicht nett, ne? Das wissen die schon. Ja, die Mine, ne? Ich könnte ja mal mit allem da hinten laufen. Ich bin jetzt nur ingerisch. Einmal nicht vergessen. Oh. Okay. Da blau, hier blau. Die soll sich nicht so... Guck mal. Ein Teamglied hat richtig viele Punkte. Und das andere nicht. Häuser bauen ist zwar nicht so spannend, aber... Muss sein. Muss sein. Muss sein. Muss sein. Äh, ich seh auch schon wieder. Die regen mich auf. Ah, das wird gegengerechnet. Das ist geil. Wo stehen sie denn? Einbrauch, ein Freiwilligen. Sind sie wieder weg, Krieger? Speichern. Hier war der Weg. Das hab ich gesehen. Das hab ich gesehen. Aber hier kommt richtig viel. Ist nicht nett, Freunde. Aber ich muss das erstmal richtig aufbauen hier. Kann ich die gleich da reinschicken? Joht, joht, joht. Gut. Die stehen ja noch. Oh, ha. Schwarz ist ganz schön. Und blau. Die haben... Junge, Junge, Junge. Wieso greifen die denn schon so früh an, alle? Ist nicht nett. Gold ist immer erst mal am wichtigsten. Komm, wir auch mal hier und... Das auch gleich mit ausbauen. Vielleicht kann man damit handeln. Das Eisen, ne? Ja. Aber ich hab da ja noch ne offene Miene. Boah, das leckt. Oh! Oh, ha. Hab ich nicht drauf geachtet. Da kann auch noch eins hin. Oh, das war ein gutes Feld. Gutes Feld. Was manisch hat Pekinia. Die haben ja sogar andere Namen. Oh, leckt das. Kossacks hat bei mir noch nie geleckt. Äh, Anzahl der Verteidigungen. Ach, die schießen dann schneller. Das habe ich früher nie kapiert. Weiterbestimmt nicht. So. Ja, komm. Ach, vergiss es. Boah, in letzter Zeit, ne? Häuft sich das? Dass es hier oben so laut ist, auf dem Flur immer. Und muss ich immer Newton und... Ich würde sagen, die schwarzen sind weg. Ich dachte, das wird zusammengezählt. Immer die Punkte hier. Aber dann ist es wohl noch nicht so. Wie viel kostet denn das? 250.000 Steine. Aber hier nimmt sich das nicht viel zwischen. Zwischen, zwischendurch noch mal, ähm... Holz und Stein. Ah. Oh, die haben mich überholt. Die haben mich überholt, die Schweine. Das geil ist ja, wir haben keine Karte. Das finde ich ja mal richtig lustig. Das wollte ich irgendwann anders noch mal machen, aber... Jetzt ist es jetzt schon. Ist doch guuut. Oh, das ist der Heimer. Äh, guckt einfach mal unten in die Videobeschreibung. Dort ist Twitter, Facebook verlinkt. Und, äh... Äh, ein Sendeplan ist auch vorhin. Ja. Äh, ist... Noch up to date. Ich weiß aber nicht, ob ich immer pünktlich um die Zeiten... Die Online-Stanke. Vielleicht... Einmal... In zwei Wochen. Klappt es nicht. Oh, das ging schnell. Naja, äh... Danke fürs... Zugucken. Wir sehen uns dann, äh... Morgen im Part. Bis denne. Tschüüüüüüüs.